einen wunderschönen guten tag meine lieben und herzlich willkommen zu einer neuen folge von tiny tinas wonderlands wir sind immer noch in carnox wand und müssen jetzt den dricksel finden für die quest kosten zauber wo dieser dricksel ist ich habe keine ahnung wo ich hin muss das gefühl ich muss irgendwie da nach unten kann das sein maybe what the tschuldigung wie fies anwalt what the fuck hey komm mal runter hier ich hab gesagt komm runter zack zack du auch na los und tschüss lebt er noch hä ist er noch irgendwo oder ne doch er lebt er noch hast du sie noch alle tschuldigung ich hab mich den garten dies anfall heuschnupfen und so soll ich runter ich weiß nicht ob das richtig ist ich weiß es nicht oh man ich weiß nicht wo dieser dricksel ist wir müssen einfach suchen und auf der suche müssen wir jetzt halt noch zombies töten hoppala zack zack jetzt stirbt doch endlich sag mal ich zeige noch oh guck mal da zack bam ist getroffen keine ahnung äh next sag mal würdest du jetzt bitte sterben oh shit komm her ich kann ja mal meine neue waffe ausprobieren stimmt okay ich brenne jetzt halt auch das ist weniger gut aber okay zack okidoki guck mal der ist schon tot sehr gut du da ah 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 okay mach gut damage hier ist irgendwo noch einer ah hier guck mal na mein kleiner kanon hier hier brav 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 gestorben ok ähm ich geh jetzt mal hier durch mal gucken ob das was nützt na los geh drauf hopp hopp danke geht's hier irgendwo durch maybe hier ich weiß es nicht kein plan man eigentlich unter mir ich weiß nicht äh soll ich da nach unten springen das sieht mir eigentlich intelligent aus oh äh ja das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen übertrieben was ich gemacht habe aha das ist gesperrt das ist schade ähm ja tricksel dieser obelisk wird eine sandige super schnürmische schlangenhexe heraufbeschwören ok eine schlangenhexe ach guck mal tricksel ist sogar in der Nähe ähm aktivieren wir mal den obelisk wo ist denn dieser hexe hey komm her ja wo ist sie denn äh da kommt kommt was ok let's go ah mein Niesanfall geht aber nicht weg das nervt scheiß scheiß heuschnupfen voll Nallergie gib mir kurz einen kleinen Moment bitte ganz kleinen Moment zehn Sekunden ok ok jetzt ist glaube ich alles raus was äh raus muss gut oh jetzt ist auch nicht alle draus oh ist das unangenehm während dem Fight und dann noch während dem Video naja komm schon oh level up ah sag mal her hier machen wir den nochmal und so jetzt komm hau drauf ich hab gar nichts gemacht oh shit das ist da wohl die ja eine Kulle ging da die die große Schlange ey hoppala ist ich tot hab ich mir schwieriger vorgestellt aber ok was ist das uh Blitzschaden mhm ist halt Dunkelmagie das ist halt scheiße das kann ich nicht brauchen ach man naja was soll's was eigentlich das da ah das ist ein Häkchen das abgeschlossen ist ok wo ist jetzt dieser Zicksel der da vorne cool gut du bist da erstmal heißt es im Buch was von Eiern genau genommen von Eiern altersloser Drachen auf dem Faulwindgipfel deren abscheuliche Schreie die Geburt des Eisens einläuteten das wäre definitiv zu viel für dich Wivorneier sollten völlig ausreichen aber gut damit kann ich arbeiten 5 Eier brauchst du ok kriegst du dafür machst du meinen Niesanfall weg ok naja oh warte mal ah ne die Verkaufsstände sind unten shit ähm ja einfach mal so hey 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 na komm nicht runter oh mein Gott zurück bisschen viel auf einmal komm mal her ja gut 100 Reavern getötet cool was bringt's mir nichts komm schon mach mal den zuerst komm ja wie viele hat's denn hier noch komm jetzt ok das waren alle oder kein Plan man ähm aber egal hol die Eier woher krieg ich die denn von hier ne äh sind denn die Eier da oben ich hab da was gesehen hier seins ich hab hier noch Skillpunkte zum vergeben man ähm pff tschuldigung machen wir denn hier Gefährten Schaden auch Schusswaffen jumpens 25% fucking hell ja doch klar so zauber wird meine Feinde schwarz und knusprig werden lassen wie Späne Treibholz eine Meer aus Flammen sag mal geht's doch hier bitteschön nimm das du auch komm zack wie viele fucking wievann kommen denn hier noch lass mich doch einfach in Ruhe bisschen Ei nein schade und hoch zack hier drüben ist doch sicher irgendwas ja zwei Truhen super ah ah beim Glückswirbel uh ja mehr Glück für dich Mamacita ja danke Mamacita aber sonst ist hier nichts das ist kacke naja was soll's vielleicht hier noch irgendwas ja nein da oben ist glaube ich eins ja bam oh wer bist du denn Birtian ja das habe ich mir auch selber schon gedacht na komm schon komm Wirt ah shit ich glaube ich mach zuerst die kleinen oder macht glaube ich Sinn ey Arschloch du da na komm blöder Wirtian hier du kannst ein bisschen Frost haben na los komm einfrieren ja so ist gut ja komm ja war nicht schlecht ähm hier und zack sehr gut die nächste du auch und du noch die Waffe ist schon krass was hat der Birtian so fallen gelassen äh ja what is this hm okay nee nein das ist es nicht drei Eier suche ich noch äh wo habt ihr die denn ist hier eins ne hm hier drüben hat es sicher welche sonst wenn wir keine finden habe ich noch zwei alles gut alles gut äh schon wieder büfern ja super na komm okay zack du auch weg da und bam 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 du willst auch einfrieren kein Problem tschüss oh was haben wir hier da komm ich nicht hoch perfekt da ist ein Ei das Nummer drei ist mir eigentlich egal was die wollen ich will nur die Questbelohnung na komm der nächste bitte uh nee ich hab nicht getroffen schade naja äh uh was hast du denn hier noch okay muss ich irgendwie da hoch gehen da ist doch sicher auch eins versteckt äh also ich hoffe doch ja guck mal super was ist jetzt los azurblauer wüvern hier bitteschön da ist er eingefroren zack 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 kaputt wow 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 700 Fein mit Frostschaden getötet super äh ey wie wie kommt denn hier noch Mann hör mal auf mit dem Scheiß hier bam Junge wo ist der andere da das ist aber irgendwie da hoch da ist doch die Belohnung vom ey ja ein bisschen Junge das letzte Ei ist da drüben wo habe ich das denn übersehen ah vielleicht hier nein wo ist das denn ah hier ist es ja guck mal gezeichnet laut diesen uneindeutigen Runen brauchen wir als nächstes die nekrotische Energie in den Knochen des weißen Todes das sind offensichtlich reanimierte Skelettknochen oder klingt vernünftig ja mega Skelette werden schon richtig sein woher soll ich das denn wissen trifft ich mit tricksel oh Jesus wo müssen wir wieder da hoch okay kein Problem schade sieht man hier die Aussicht nicht so krass wie zum Beispiel in Horizon das hätte ich noch gerne alles in der Ferne gesehen aber man kann nicht alles haben im Leben na man kann nicht alles haben mal schön nachladen hier aufprall oder haftend ne lieber aufprall hello my friend oh das sollte reichen ich kann Grummeldorns Elementare Animatrix anwenden aber sei gewarnt die Macht des Dragonlords ist so groß dass so gut wie jedes erweckte Skelett ihm folgt egal wer es erweckt hat ja und jetzt oh boy äh nimm mal die Frostmache danke zack ich scheiße auf deine Knochen hast du je darüber nachgedacht dass deine Knochen feucht sind was warum habe ich nur so wenige Knochen oh man ja okay gehen wir weiter irgendwo wird es ja guck mal mein Arschknochen ist gar nichts für dich der ist tabu sind sie schon alle tot noch nicht ganz jetzt ne eher noch nicht immer noch nicht what yeah das können wir alles haben meine Lieben na los sag mal wie viele kommen denn hier noch Jesus fucking Christ hier bitteschön komm jetzt sammeln wir alle Knochen nein verdammt mir ist gerade aufgefallen dass diese Rune ein Akzent Zeichen hat was bedeutet dass diese minderwertigen Knochen nicht genügen wir brauchen viel Knochen Energie finde ein paar Bettskelette ich mag große Knochen das kann ich nicht leugnen ich würde ja selber ein paar Bettskelette reanimieren aber da waren so gut wie keine Bettskelette Knochen in den Haufen drin und ich kann ja wohl kaum ein Bettskelette aus normalo S Knochen machen oder ja da hast du wohl recht sammeln Badass Knochen gut woher kriege ich die wahrscheinlich hier genau da ist Badass Nummer 1 juhu weg da weg da Zombie danke da ist was leckend eine Bratpfanne eine Bratpfanne sie ist back die OP Bratpfanne ist back uh das macht Damage zack komm schon du blöder Badass warte warte mal zeig mir die Bratpfanne Entschuldigung das ist geil wow die Bratpfanne ist back ha yes baby hat er gerade auf mich drauf gehauen keine Ahnung war aber nicht schön hey 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 na los weg mit dem Badass ey was was sieht magisch ja ich muss aufpassen mein Inventar ist fast wieder voll ja wo muss ich denn jetzt hin ich kann wieder nach unten ist hier maybe 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 noch ein Glückswürfel könnte ja sein ja nein nein ok na dann äh ah da unten ist er doch ja super juhu ok gut zermahle sie nun mit deiner Waffe ich hoffe dass es nicht zu dir hackt aber kann ich deinen Stößel benutzen bitte was soll mein Stößel etwas schmutzig werden nein danke benutze einfach deine Waffe ja dann mach ich es halt mit der Bratpfanne ich über die Flammen gebieten das reicht tritt zurück während ich den Thron der Zauberkunst besteige in wenigen Augenblicken werde ich die Macht erhalten den Zauber der ultimative ja halt jetzt seinen Maul und mach vorwärts hitze Brand und Höllenfeuer brenne in der Feuersnot gewähre mir das Drachenfeuer und mache mich zum Flammentod ignis 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 ich bitte dich um deine Gunst erwache roter Hunger erste und letzte ohne Feuersbrunst oh ja super äh oh da kommen ja noch mehr ha die brennen alle ja dann äh frieren wir sie ein ha na komm oh shit na komm brennender Freund geh kaputt oh komm komm der kann auch weg ich sterbe kaputt ist er was ist going on besiege Eschendorns Knochen äh warte Inventar geh mal ganze Runden vielleicht ist da irgendwas billiges äh hier 2000 1500 1500 so noch ne Bratwanne was ist passiert ja du hast verkackt wo soll ich anfangen dein Ritual war schlampig deine Gisten tollpatschig und ich durfte den Stößel nicht benutzen und du hast dich in ein Monster verwandelt der Zauber funktioniert nicht ich drückse hab bestimmt nichts falsch gemacht man kann diesen alten Folianten einfach nicht trauen hier nimm dein Geld und verzieh dich ich räum hier auf ok was ist es vielen Dank besuche mich in den Ruinen wenn du kannst ich habe mehr Arbeit für dich und mehr Belohnungen ja cool tschüss ähm oh guck mal jetzt kann ich auch hier oh das ist ein Glückswürfel da ist ein Glückswürfel und da sind Skelette perfekt warum müssen die hier sein ein bisschen Junge du auch hier spüre meine Bratpfanne hier auch komm so geht kaputt hier mal los danke geh weg da also Bratpfanne äh Bratpfanne Glückswürfel schenk mir was geiles ich muss äh oh warte mal da war grad was für 800 hoppala 800 weg mit dem Scheiß ok ok 3400 29 Inventar Inventar ist voll ok ähm dann gehen wir kann ich hier nein kann ich nicht ach komm schon uh was haben wir hier noch 4000 ja komm scheiß drauf äh so brav und jetzt kann ich hier alles verkaufen perfekt 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 alles weg dann werde ich wahrscheinlich wieder eine Million haben ha 1,02 Millionen damn uh oh ich glaub ich hab ein neues Scharfschützengewehr uh ja oh ja ich hab ein neues Scharfschützengewehr aha Blitzschaden Zauberschusskraft hm was ist das? 2 Zauberladungen uh 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 ok 168.000 kostet ist gekauft also erstmal das Scharfschützengewehr ersetzen und dann mal noch den Zauber was ist das für einer? ok cool zeigt mal das Scharfschützengewehr wie ist da der Zoom ah ja oh oh ok interessantes Scharfschützengewehr entspann dich am besten beim Verkaufsautomaten ja ne beim Verkaufsautomaten muss ich mich nicht entspannen ja gut ähm ich hätte nicht gedacht dass ich die Quest in 30 Minuten hinkriege äh an der Klippe erscheint ein Geysir mit dessen Hilfe ihr in andere Gebiete springen könnt uh 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 hey lass mich in Ruhe das ist ihre Schwäche was ist da Karnogs Wand ne lass mich das ist ein Gedicht die verdorrte Ödnis wie ist die Welt einst entstanden? oh wait a minute wieso ist sie in mehrere Kontinente unterteilt und mit verschiedenen Personen überzogen? Welche komplexen tektonischen Vorgänge ereignen sich auch jetzt noch unter unseren Füßen? diese Fragen stellte sich Nilofair die oberste Geologin sogar noch auf dem Scheiterhaufen als sie völlig unabhängig davon für Versicherungsbetrug verbrannt wurde verbrannt uh kein schöner Tod aber gut nicht mal ein Problem, na? die sind jetzt da nein ich will nur da runter ja juhu äh ich geh mal zurück nach Prachthuf neben Quest hat es keine mehr, so ist es ähm ja vielleicht haben wir ja im Prachthuf noch die ein oder andere neben Quest lassen wir uns überraschen würde ich mal behaupten na los wir haben eine neue Quest aha was denn? Merek hat eine äußerst wichtige Quest für dich ja die hier Leute an der hab ich echt hart gearbeitet also dann findet Merek er hat was super cooles für euch um euer Heldendings zu machen okay, hier ist noch ein Bounty da ist also dieser super nette Zyklopen Junge, der echt in der Tinte steckt er wäre super duper dankbar wenn ihm jemand hilft also los helft dem netten Jungen ja ja easy wenn du Reichtum suchst höre meine Worte in der Oase liegt eine geheimnisvolle Truhe sie enthält ein Wunder der alten Gewundenen ist jedoch durch einen mächtigen Zauber verschlossen du findest sie wenn du den Fluch brichst äh ich glaub dir geht's nicht gut sowas mag ich gehen wir Sekunde, was glaubst du eigentlich was ominös genau bedeutet? äh, schicksalhaft, bedrohlich, unheilschwanger? unheilschwanger? ja, unheilschwanger mal abgesehen von meinem Erstaunen über deinen Wortschatz halte ich das für eine miese Idee vermutlich aber bist du nicht auch neugierig? okay ja, bin ich gehen wir ja ab in die Oberwelt keine Ahnung wo wir hin müssen aber wir haben drei Nebenquests die Sonnenzahn Oase ah wo sind die? hä? oh ah, die ist auch äh auch da in der Ödnis oben okay dann dieses Augenblick der Zerstörung ist wo? auch da oben okay Armageddon ab Osugol-Nekropole Sonnzahn Oase, Sonnzahn Oase Osugol-Nekropole okay ja ähm warte mal nein, ich will da jetzt nicht den ganzen Weg hochlaufen ach nein ja das wäre jetzt also kacke wirklich ich will wieder da rauskommen wo ich vorhin war oh man ich bin so doof ist das Portal noch da? wenn ja würde ich das sehr gerne benutzen wirklich sehr gerne bitte please, 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 please nein, es ist nicht mehr da nein nein, 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 oh mein Gott ja dann müssen wir halt ähm da nach vorne gehen und dann müssen wir halt vom Ozean auslaufen beziehungsweise vom vom Ex-Ozean müssen wir halt auslaufen ja es ist blöd, aber es gibt Schlimmeres, würde ich jetzt mal behaupten na? von daher alle hopp und dann würde ich doch sagen sehen wir uns morgen wieder meine Lieben ich bedanke mich beim Zuschauen und wünsche euch noch einen ganz ganz schönen Tag macht's gut meine Lieben tschüss 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 tschüss